Einen wunderschönen guten Morgen für alles. Für alles gibt es eine zweite, dritte oder auch vierte Up, eine Up-Alternative. RSS-Reader, die sind ein Paradebeispiel dafür. Die Älteren unter uns, die erinnern sich noch. Ich scherze, aber was in der Podcast-Welt mit den Feeds völlig normal und einheitlich funktioniert, das durchlebte für Text im Internet viele Ansätze von kreativ bis desaströs. Ich werde jedoch nicht müde, für so einen good old RSS-Client zu trommeln. Heute besprechen wir Lear.